Musik Meine Damen und Herren, erlauben Sie, dass wir ein wenig Musik von dem Stück, das jetzt folgt, einmal vorweg anspielen. Musik So, meine Damen und Herren, wenn Sie sich jetzt an Ihren Besuch in der Techno-Disco neulich erinnert fühlen, dann hat das seine Richtigkeit. Und diese Musik ist Teil des dritten Satzes und ist tatsächlich inspiriert von der Londoner Club Scene, von Dance Clubs in London. Tom Addis, der Komponist, hat diesen Satz überschrieben mit Ecstasio, Ecstase, Ecstasy, mit allen Bedeutungen, die da mitschwingen. Und Sie werden in diesem Satz erleben, wie man zunächst angezogen wird von dieser Atmosphäre. Sie werden sehen, wie da irgendwie Rauch in der Luft hängt. Sie werden merken, wie so eine Lärmkulisse sich aufbaut. Sie werden merken, wie sich Musikschnipsel in Ihr Hirn bohren, die sich wiederholen, denn Ecstase braucht Wiederholung. Sie werden merken, wie sich Körper bewegen. Sie werden merken, dass es zu Zuckungen kommt. Sie werden merken, wie das Ganze sich an Rausch reinspielt und so weiter. Also Ecstasio, Ecstasio ist der dritte Satz von Assyla. Und der Schlüssel zu diesem Werk liegt tatsächlich im Titel. Assyla, Plural von Asylum, ist im Englischen ein Wortspiel. Asylum ist zunächst einmal, wie im Deutschen, das Asyl, der sichere Hafen, das Refugium. Und Asylum, im Englischen, ist auch die Irrenanstalt. Und in ganz vielen Passagen des Stückes weiß man nicht, wo ist der sichere Hafen? Oder sind wir schon verrückt? Der erste Satz ist, wie das sein muss für einen ersten Satz, ein Satz über Bewegung. Vielleicht ist es die Suche nach dem sicheren Hafen. Und heutzutage, wenn man den Klang des Sinfonieorchesters erweitert, Richtung Bewegung, da müssen Schlaginstrumente dazukommen. Und Sie sehen schon aufgebaut, Kuhglocken. Vielleicht mal kurz einspielen. Genau, ein ganzes Instrumentarium von Kuhglocken. Dann haben wir, was machen wir mal, Wassergong. Können wir mal Wassergong spielen, finde ich auch spannend. Wassergong. Genau, das OI, OI passiert, wenn man den Wassergong aus dem Wasserbottich rein und raus befördert. Roto-Toms. Und dann hier. Können Sie das erkennen? Messer. Messer. Messer werden gespielt, weil man weiß ja nie, wie sicher oder unsicher die Welt ist und ob man nicht doch verfolgt ist. Können Sie mal. So, die werden, wenn die gespielt werden, wenn die, wenn die gespielt werden, wenn die, ja, so zum Beispiel. Genau. Also der ganze erste Satz, der ganze erste Satz ist ein Satz über Bewegung. Der zweite Satz, den spielen wir auch mal kurz an, der vollbringt nun tatsächlich diese Zwischenwelt, die man braucht, wenn man wahnsinnig wird. Wir haben zwei Klaviere an Bord. Das eine ist normal gestimmt, das andere ist ein Viertelton tiefer gestimmt. Und dazu kommen die undefinierbaren Tonhöhen oder so nur halb definierbaren Tonhöhen der Kuhglocken und Harfe. Und der zweite Satz ist ein langsamer Satz. Er ist ein großes Wehklagen, er ist ein Lament. Er ist vielleicht in modernen Zeiten das schönste und intensivste Lament, das ich kenne. Hören wir mal ein bisschen vom Anfang vom zweiten Satz. Und das ist ein bisschen vom Anfang vom zweiten Satz. Die Tonhöhen undefiniert sind, wie das man hört, es gibt kein Tack, Tack. Es gibt keinen Rhythmus, es gibt keinen Rückgrat. Die Welt ist seltsam zerfleddert. Es kommt nichts zusammen. Wo ist der sichere Ort? Und in diese Musik rein kommt, wir spielen dann nochmal bei Buchstabe Arbeiter, in diese Musik rein kommt das, was man macht, wenn man klagt, wenn man Wehklagen in sich trägt. Fallende Linien. Wie kann das sein? Und diese fallenden Linien, diese Seufzergesten, die tauchen ungeheuer leise, zart, intensiv gespielt in den Bläsern auf. Wo ist das? Wo ist das? Untertitelung des ZDF, 2020 Ich glaube, Sie kriegen einen Eindruck davon. Das ist ein ganz intensiver, unglaublich tief empfundenes Wehklagen. Und aus diesem Wehklagen kommt dann die ultimative Ekstase im dritten Satz. Diese Ekstase verebbt und dann kommt nochmal ein langsamer Satz. Der letzte Satz ist nachdenklich. Der letzte Satz ist still nachdenklich. Er ist manchmal pulsierend nachdenklich. Er ist auf jeden Fall einer, der eine Frage offen lässt. Haben wir den sicheren Hafen? Ist die Irrenanstalt nicht irgendwo in der Nähe? Oder vielleicht die Frage, wenn wir die größte Sicherheit haben, sind wir dann nicht schon nah am Wahnsinn? Oder sowas. Okay, Tom Addis Asaila. Applaus 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 Musik 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 Amen. 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 Amen.